Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Vor wenigen Tagen erreichte unsere Fraktion ein Hilfeersuchen des Bayerischen Schaustellerverbandes. Was war geschehen? Die Tierschutzorganisation PETA hatte alternstes gefordert, historische Kinderkarusselle mit Tiermotiven zu verbieten. Sie argumentierte, solche Fahrgeschäfte vermitteln Kindern falsche Werte. Als ich das las, habe ich für einen Moment gedacht, ja wird denn jetzt die ganze Welt verrückt? Wir Freien Wähler im Landtag weisen die Forderung von PETA in aller Entschiedenheit zurück, denn sie ist absurd. Schließlich gelten Karussells mit Tierfiguren seit Jahrhunderten als Inbegriff des friedlichen Volksfestes. Die Empörung der Schausteller, die noch heute unter den Folgen der Corona-Pandemie sowie massiv gestiegener Energiekosten leiden, kann ich sehr gut verstehen. Wir werden gerade diesen hart arbeitenden Menschen jede erdenkliche Unterstützung zukommen lassen, damit ihre Jobs sicher bleiben und Kinder auch weiterhin Fahrgeschäfte mit Tiermotiven nutzen können. Der PETA-Unfug zeigt, dass es höchste Zeit ist, die arbeitende Mitte der Bevölkerung ins Zentrum unseres politischen Handels zu stellen. Dazu habe ich diese Woche sieben konkrete Vorschläge gemacht. Zuallererst muss Bayerns Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben durch eine im europäischen Vergleich faire Unternehmensbesteuerung und Förderung des Mittelstands. Wir müssen die lähmende Bürokratie beseitigen und die zunehmende Energiearmut bekämpfen. Außerdem setzen wir uns für die Kulturwirtschaft ein. Denn kein Bundesland profitiert vom Brauchtum stärker als das Tourismusland Bayern. Und dann wäre da noch der Kampf gegen Rechtsextremismus und Fachkräftemangel, eine arbeitsnehmerfreundliche Besteuerung sowie eine Rentenreform, die nicht mehr in Teilen unserer Bevölkerung zur Altersarmut führt. Das sind die wirklichen Probleme Deutschlands, die wir angehen müssen. Nicht-Pseudo-Debatten, wie sie Peter und Co. immer wieder völlig unnötig anzetteln. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.